Niederbayern 100.de. Die 100-Sekunden-Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Güldner in Eckenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Ein Jahr nach der Jahrhundertflut ist Bundespräsident Gauck heute wieder in Niederbayern. Er wird die vom Hochwasser am stärksten betroffenen Orte Fischerdorf und Natternberg im Landkreis Deggendorf besuchen. Außerdem will er mit den Helfern der Hochwasserkatastrophe sprechen. Anschließend besuchen Gauck und seine Lebensgefährtin die Landesgartenschau in Deggendorf. Ein schwerer Unfall ist auf der A3 bei Kirchroth passiert. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah ein Stauende und krachte in einen Lkw. Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters im Fahrzeug eingeklemmt. Er und sein Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Einen Großeinsatz hatte die Feuerwehr im Landkreis Deggendorf heute Nacht. In Galgweis hat der ehemalige Getreidespeicher eines Vierseithofes Lichterloh gebrannt. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar. Die Kripo ermittelt. Geduld ist ab heute bei vielen Autofahrern in Niederbayern angesagt. Es ist wieder Baustellenzeit. Zum einen auf der B299 zwischen Geisenhausen und Landshut. Dort werden der Fahrbahnbelag saniert und neue Linksabbiegerspuren geschaffen. Auf der B20 wird ebenfalls die Fahrbahn saniert. Zwischen Straubing-Ost und Heiterhofen kann es deswegen zu Behinderungen kommen. In Dingolfing ist heute Spatenstich für das neue Technologiezentrum der Hochschule Landshut gewesen. Im Jahr 2016 soll es in Betrieb gehen. Wissenschaftler und Mitarbeiter des Technologiezentrums sollen dort zusammen mit der Dingolfinger Wirtschaft Produktions- und Logistiksysteme entwickeln. Die Stadt Dingolfing investiert 11 Millionen Euro in das Zentrum. Alles Wichtige auch unter radio-trausnitz.de